Dort rund beim Ratsenstab, da wohnt ein Sauberswahn. Es gibt's den ganzen Tag nur zwischen Fensterwahn. Und die Nobler-Hörn, die kommen aus der Schlacht und schauen, was ich dazu verglöpfen habe. Dort rund ein Würstelbruder bei der Geisterbahn, da suchen sie jetzt einen Tod, dass man sich fürchten kann. Ich kenne Nobacek, aber der hat einiges getan. Und der war für die Haftwege. Corona, hast du das Bier? Wieder hat man auch noch den Schopf weggeschnappt. Und der Grippe, Antoni. Nein, nein, das was jetzt kommt, ist gut. Der Grippe, Antoni, hat kein Sümergolten. Aber ein Haufen Kinder und ein Bindchen schulden. Der greift kaum ein Wendung, ist er viel zu schwach. Der Grippe, Antoni, hat kein Sümergolten. 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 . . . Musik 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 Musik